Was machst du denn hier? Dennis, kann ich bei dir pennen? Ja, aber was ist denn passiert? Können wir mit da drin reden? Ja klar, können wir rein. Aber ab morgen kannst du dann nicht mehr hier schlafen. Es sei denn, du erklärst es meinen Eltern. Ich überleg mir morgen was. Willst du es nicht endlich deiner Mutter sagen? Was? Na, dass du schwul bist. Nee, ich meine, ich weiß, dass sie damit kein Problem hat, aber ich weiß nicht. Bist du lieber? Ja, ich muss den Zug erwischen. Wohin? Zu meiner Mutter. Nach Hamburg? Ja, ich habe sie gestern noch angerufen. Ich muss nur um 9.15 Uhr im Hauptbahnhof sein. Was? Das schaffen wir niemals. Wir? Ach, die Schmitz-Rabenhaus checkt das doch eh nicht. Bitte machen Sie weiter hin. Der Zug ist heute umgekehrt. Genau, Sie finden die erste Klasse im Abschnitt A. Ich habe dir doch gesagt, dass wir es noch schaffen. Wir mussten laufen. Kommst du noch zurück? Ich weiß nicht. Da habe ich eigentlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Natürlich. Und wenn du doch in Hamburg wärst? Dann komme ich euch jedes Wochenende besuchen. Oder wie dich. Nee, aber danke für alles. Wir landen. Ist es gut in Hamburg. Wir sind gut, wenn es nicht mehr gibt. Das war wirklich sehr gut. Das ist gut. Ich weiß nicht. Ich würde mich mal gut gehen. Ich würde mich nicht so machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020